Carlos Kleiber war ein genialer Musiker. Er war der Dirigent und das Katastrophale an ihm war, dass er nicht genug dirigiert hat. Hat Ihr Vater Ihnen die Anregung gegeben, Dirigent zu werden? Nein, im Gegenteil, er war etwas dagegen. Er sagte, ich sollte einen vernünftigen Beruf fehlen. Eine wunderschöne Frau mit langen Beinen. Ein bisschen von oben herab schaut sie uns an. Aber das macht sie umso reizvoller.